Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge War Thunder. Ja, ich wollte die eigentlich nur letzte Woche machen, aber dadurch, dass irgendwie diese Woche vollkommen verhext ist und überhaupt nichts gerade funktioniert, machen wir diese Woche noch eine Runde War Thunder. Äh, neben Red Dead Redemption 2 sind es die zwei Ausnahmeserien, die aktuell laufen. Einfach weil ich mit dieser einen Folge von Corporal Space Program aktuell nicht hinterherkomme. Weil einfach irgendwie die Zeit einfach immer weg ist. Aber egal, wir schauen uns das an, wir gehen mit den USA in eine Arcade-Schlacht, weil ich habe da drei, sagen wir mal noch, Fighter. Und wir probieren die einfach mal aus. Ich glaube, ich habe nie wirklich Fighter gespielt und ich muss mal hier meinen Sound einstellen, weil ich höre mich selber nicht mehr und dann schreie ich nur noch nach einer Zeit. Und das ist vielleicht gar nicht so praktisch, sagen wir es so. So eine Bodenangriff. Jetzt hat Bodenangriff oder was? Ich habe keine Bodeneinheiten. Ohne? Kann ich das ändern halt, theoretisch? Wir nehmen Standard. In die Schlacht! Vielleicht finde ich Bomber, die ich angreifen kann oder sowas. Das wäre nice. Äh, dann tue ich im Grunde mich in der Bomber-Version ärgern. Aber egal. Aber ich kann hier wahrscheinlich auch Sekundärbewerb machen. Hui! Wow! Wo kommst du her? Rauf mit dem Bird. Ich muss gerade herausfinden, wie die Dinger nochmal funktionieren. Ich sehe Flugzeuge, die nicht angezeigt werden auf der Karte. Ich sehe, die nicht angezeigt werden. Lad nach Alter, dieses Magazin ist ja überhaupt nicht zum Nutzen wirklich gedacht Wie der Feind siegt, da kann ich mal der Feind MG Jetzt kann ich mal mit der Bomber immer so tief fliegen Komm zu mir, Baby Ich habe da vorne einen kleinen Freund gefunden, der auf mich zufliegt Flugzeug zerstört, over and out Nice Aha Wow Ich kann noch fliegen, ich schaff das Ich schaff das noch Ups Ups Der Flieger war nicht schlecht Muss ich lachen, in die Schlacht Komm rein damit Hopp So Sturdy und fly Perfekt Schau auf, wie schnell das Ding ist Na, da kommt das auf mich zu Wie viel, ich weiß gar nicht, wie viel Magazin hier Wie viel Schuss ich hier zum Beispiel noch dann hätte Das ist noch einer, Vollgas Scheiße, tot Ich baue irgendwas zum Spiel Ich habe irgendwie schon, unsere Flotte ist sehr, sehr klein geworden mittlerweile Flugzeug Wie das denn? Komm schon Huch, war das nicht depressiert Hallo, ich bin im Panzer You don't get me Lade nach Öleck Ja, kann mich mal Ja, moment Magazin immer Fuck Hupsi Dem wurde es gut geschrieben, okay So dann In die Schlacht Schau mal Ich habe keinen Plan mit diesen amerikanischen Fliegern Und die sind cool Es funktioniert gar nicht mal so schlecht Und wenn schon zwei eigene Abschlüsse Man kann jetzt sagen, ist es nicht gut Aber man kann auch sagen, ist es nicht schlecht Das wird ja so oder so Schaut euch mal den Vorteil an Oh, irgendwas in der Nähe, was man abballern kann Irgendwas, das freiwillig in meine Nähe fliegt Der ist auch down Schau mal, der kommt näher, den nehmen wir uns jetzt mal vor hier Der Flieger, der schaut interessant aus Pfeffer Pfeffer Meine Waffen klebt Scheiße Mach die Waffen wieder klar hier Oh, fuck Da hat mich einer aber gut erwischt Dass ich direkt bin Was war denn das für ein Tod jetzt? Das würde ich gerne wissen Was war das jetzt für ein Tod? Oh Dann gehen wir mal zurück zum Hangar Weil Sie sind ja gestorben Was ist das jetzt hier? Ausgangsjägerretter Verlieren sie für die Verteidigung eines verbündeten Jagdfußes Was? Verleihen für die Verteidigung eines verbündeten Jagdfußes Das kann nicht mehr als zwei sein Okay, also habe ich das Maximum dort erreicht Bodentruppenretter Verleihen sie die Verteidigung vom verbündeten Bund Die zwei aus Entschuldigung, ich habe die Auszeichnung erhalten Nice Ähm Treffer Abschluss zerstörte Luftziele Ein Tausender Und 279 Wissenschaft Auszeichnung Okay Ne, zurück zum Hangar Kann ich rein theoretisch eins dieser Flugzeuge upgraden? Modifikationas Das könnte ich mit denen kaufen und das auch Aber ich würde das gerne forschen Okay, da gibt es noch Kompressoren Aber okay Leute, da ich wenig Zeit habe Würde ich sagen, war es das auch für diese Folge Weil jetzt noch eine Mission zu starten könnte man Aber Machen wir einfach für die nächste Folge Ich hoffe, dass dann ab nächster Woche wieder alles relativ normal läuft Ich habe euch gefallen Wenn ihr alles umgelegt, dann Daumen nach oben da Aber nehmt ihr noch nicht ab Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Also, bis dann Ciao Outro